Mein Name ist Ulrike Kulmar-Warning. Ich bin Lehrerin an der Albert-Schweizer Realschule in Lohne und habe zusammen mit Frau Lesch eine Projektwoche zum Thema Albert-Schweizer Afrika im Großen und Ganzen als Oberthema organisiert. Ja, wir freuen uns, dass wir in dieser Woche viele externe Kooperationspartner haben. Miss Your Truck, Klimafresser, Initiative Black and White, Gemeinsam für Afrika aus Berlin, eine Initiative MoMama, eine Initiative von der Uni Hannover und noch andere. Darüber hinaus haben viele Kollegen an unserer Schule sich selber etwas einfallen lassen, womit sie den afrikanischen Kontinent, die Geografie, die Tierwelt den Kindern näher bringen, den Schülern. Und so haben wir eine ganz bunte Vielfalt in dieser Woche. Alles unter dem Vorbild Albert Schweizer, der so ein vielseitiger christlicher Mensch war.